Da die Zahlen drücken, schlage ich vor, bitte setzen Sie sich doch, wir fangen direkt an, nicht wahr? Wo war denn der Zögel? Der ist noch in der UK. Käpt'n! Wir werden angegriffen. Sagen Sie, wie kommt man denn aus der Sache wieder raus? Und ich weiß so langsam auch schon gar nicht mehr, was ich denen am Telefon sagen soll noch, ne? Außer, dass ich mich natürlich korrekt und freundlich verhalte, wie wir das ja in den Trainings immer lernen. Können Sie mir das nochmal erklären? Das mit diesem Meisterdings? Leistung soll sich wieder lohnen, dass ich nicht lache. Wer hier in dem Laden rennt, der ist doch der Dumme. Das ist ja echt irgendwo auch ein total ehrgeiziges Ziel. Aber der hat neulich noch eine Auszeichnung bekommen, beste Innovation im Bereich. In Berlin soll es im Rahmen meines Führungsforums einen Workshop zum Thema Score-Balanced-Card geben mit einer Top-Controllerin. Okay, und genau darüber würde ich echt total gern mit Ihnen nochmal diskutieren, Trainer. Was soll das denn jetzt heißen? Ich persönlich fände es ja schon ein echt gut akzeptables Ziel, wenn wir am oberen Ende vom unteren Drittel landen würden, so ich jetzt. Wir sind das Problem, wir sind das Problem, Sie sind das Problem, Frau Meier-Dierks. Boah, Trainer, ey, das ist jetzt echt nicht gut von dir. Haben wir es verstanden? Klar, Chef, haben wir. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, das ist ja irgendwie total in die Hose gegangen jetzt.